. Das ist ein Wüttes, die ich da. Oh, das ist ja. Ich will jetzt schnögelen, da ist nichts draufgekommen. Die sind ein bisschen zu giftig ums Berg, oder? Das geht, das geht. Mehr Expo. Erst beim Stabi nicht. Ah, stimmt. Direkt am Kastl kannst du das einstellen, oder? Aber das dreht man nachher. So, jetzt habe ich Stabi drauf. Das ist eine Zunge schwer. Hier haben wir schon eine Zunge. Ja, ist ja geil, ob das ruhig wird, das passt. Jetzt legst du ihn fliegst mit 10% Gas, gell? Ja, das ist ja geil. Nichts. Not Dual, das geht. Nichts. 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 2 999 Der segelt durch. So, und wie stellst du ihn an? In der Kurven. In der Kurven ziehen. Schau, dass der Landekurven, also in der Landekurven, und dann kommst du so angestellt, dass der Kurven auszeichnet. Und? Ich muss eh erst einmal das Fahrwerkreis fahren. Fangen wir jetzt noch einmal. Und fangen halt lieber zweit hin. Dann kann ich schief gehen. Das ist scheit. Von welcher Seite? Schlimmer von dir. Ich bin eh noch führig. Ja? Ja. Müsst du jetzt von rechts rein. Ja. Das ist weg. Eigentlich so. Alles gut. Ja, genau. So kriegst du den Speed raus. Wasser. Wunderschön. Super. Wunderschön. Wunderschön. Hast du mehr Bremsen gehabt? Ja, ja. Ich hab gebremst. Aber wir waren mal sehr schnell dran. cool.